Das Wort hat Herr Kollege Matthias Fischbach. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, in der bayerischen Schulordnung einfach einmal schnell die schwarze Wand abzuschaffen, sondern dies ist durch Datenschutzvorgaben auf EU- und Bundesebene geregelt. Hier tun wir uns schwer, wenn wir dies nur im bayerischen Schulgesetz ändern wollen. Zitat Ende. Herr Kollege Gotthard, Sie sind gemeint, das sind Ihre Worte aus der Plenardebatte zum Schulqualitäts-, Digitalunterrichtsqualitätsgesetz. Dieses Gesetz hat die FDP-Fraktion vor über einem Jahr eingebracht und es hat damals schon eine dauerhafte Regelung für den Distanzunterricht mit aktiver Videoübertragung für alle Seiten vorgesehen. Die Pflicht zur Übertragung des eigenen Bildes und Tones, wie es nun hier in dem Gesetzentwurf heißt, den Ihr Minister jetzt auch vorgelegt hat, die begrüßen wir durchaus. Diese späte Einsicht im wahrsten Sinne des Wortes. Weiter hieß es in unserem Gesetzentwurf der FDP-Fraktion, dabei soll Präsenzunterricht der Regelfall sein, aber bei Distanzunterricht auf eine qualitative Gleichwertigkeit hingewirkt werden. Im Regierungsentwurf heißt es nun, Unterricht wird im Regelfall als Präsenzunterricht erteilt. Hiervon abweichend kann Unterricht auch in räumlicher Trennung von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern stattfinden, in Klammern Distanzunterricht. Also mit dieser Umformulierung kann ich gut leben, Herr Minister Piazzolo. Ich frage mich nur, warum Sie dafür über ein Jahr gebraucht haben. Das leuchtet mir einfach nicht ein. Wenn die digitale Bildung in Bayern nämlich weiter so in diesem Schneckentempo vorankommt, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, warum nicht zuletzt auch ukrainische Flüchtlinge oftmals lieber den heimischen Distanzunterricht folgen, als auf ihre Willkommensangebote des Kultusministeriums zurückzugreifen. Es gibt also keinen Grund zu warten. Und da kann man auch nicht zur Verteidigung anführen, dass jetzt in diesem Gesetzentwurf noch eine Reihe von weiteren kleinen Neuregelungen vorgesehen sind, zum Beispiel beim Thema SMV, Stärkung der SMV an Grundschulen. Das ist gut, aber zu wenig. Und der Modellversuch, in dessen Richtung ja diese Änderung geht, der war nicht zuletzt auch eine Reaktion, eine Reaktion der Freien Wähler auf ein viel umfassenderes Antragspaket im Bildungsausschuss zur politischen Bildung, das eben auch unter anderem vorgesehen hat, den Politikunterricht schon viel früher anfangen zu lassen und auch politische Planspiele wesentlich regelmäßiger und verbindlich vorzusehen. Auch hier wieder viel zu langsam. Wir alle wissen, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zur Zeit von Extremisten, von Verschwörungstheoretikern und nicht auch zuletzt von autoritären Staaten infrage gestellt wird. Da ist gute politische Bildung wichtiger denn je. Und darüber hinaus noch zur schon mehrmals angesprochenen Regelung zur Abschaffung des Handyverbots in diesem Gesetzentwurf. Ja, wir haben da schon vor zwei Monaten ausführlich auf Basis des FDP-Entwurfs zum gleichen Thema gesprochen. Ich wiederhole es noch mal, wir Liberale gehen an dieser Stelle noch mal einen Schritt weiter als Sie, Herr Piazolo. Wenn eine demokratische Mehrheit es im Schulforum beschließt, dann bin ich der Meinung, muss es auch eine schuleigene Nutzungsordnung an jeder Schule geben können und das anstelle eines Verbots, was bisher dann noch weiter gelten würde in Ihrem Entwurf. Ganze Schulformen, wie zum Beispiel auch die Grundschulen, sollten nicht pauschal von diesem Selbstgestaltungsrecht, was es ja eigentlich ist mit diesen Nutzungsordnungen, bei digitalen Endgeräten ausgeschlossen werden. Und um das ganze Thema auch voranzubringen, steht das Kultusministerium in der Pflicht, die Schulen bei diesem Modernisierungsprozess auch aktiv zu unterstützen. Und all das haben Sie in Ihrem Gesetzentwurf so nicht vorgesehen. Ich halte also fest, Sie bewegen sich zu spät, zu langsam und zu ängstlich, aber in die richtige Richtung. Wir wollen dieses zarte Pflänzlein des Fortschritts in unseren Schulen daher nicht zerstören. Und daher freue ich mich auch auf konstruktive Beratung im Bildungsausschuss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Fischbach. Die Aussprache ist geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Bildung und Kultus als federführenden im Ausschuss zu überweisen, erhebt sich Widerspruch. Das ist nicht der Fall und damit so beschlossen.